Eigentlich schon. Eigentlich sollte man es machen. Oh man. Es ist so eine schwierige Entscheidung. Aber dann habe ich hier alles falsch gebaut. Das habe ich nicht bedacht. Das hat doch gesagt, der hat Scheiße gebaut. Nein. Ich habe nichts bedacht, ey. Na was, nichts bedacht? Was für nichts bedacht? Ich habe hier bis jetzt alles bedacht. Nee. Doch. Das habe ich nicht bedacht. Ich glaube, ich traf jetzt das Deep Duck total. Das ist die Decke. Gehen wir heute noch Deep Duck, Marcel? Gehen wir heute noch Deep Duck? Ja, gehen wir heute noch? Ja, wir haben mal Zeit. Schmeiß ich mal so ein paar Slimeballs raus. So, jetzt ist das schon mal fertig. Wir haben nämlich jetzt Ball of Glue und Ball of Glue ist das Beste. So, ja, das ist gut. So, ja, so kann man es machen. Okay, ich packe jetzt die Farben fertig. Na? Jetzt werden wir noch die Decke fehlt noch. Scheiß direkt außen im E-System schmeißen. Kann ich mal die Decke vielleicht ein bisschen schöner machen. Und ja, die Decke muss schöner werden. Was für eine Decke? Ach, weißt du, ich mache es nicht. Einfach nur, damit es passt, mache ich es nicht. Hä? Nein. Ich verdreifache Gold nicht. Ich verdoppel es einfach. Was passt denn da jetzt nicht? Hast du zu wenig Grinder gebaut, oder was? Nein. Ich muss, ja, eigentlich nicht. Ich habe ja zwei Grinder aufgestellt. Also vier. Aber jetzt habe ich sechs Pulver Racer gemacht. Für fünf Erze, wenn ich Gold verdreifache. Ja, ja. Naja. Ähm. Du hast die Logik jetzt so, dass du jetzt nichts machst. Wahnsinn. Sprit. Genau das. Du hast hier noch Kohleerz, was du nicht gefeuert bauen musst, ne. Ich immer. Ich immer. Ja, du hast die Glückssage, nicht ich. Warum. Warum. Was habe ich hier... Ich weiß nicht, weil du die gemacht hast. Äh, ja. Warum. So, ich suche jetzt hier mal nach Ohre, ein Oreo-Keks. Oreo-Kreis? Was ist das? Halt die Fresse! Ich weiße, jetzt bin ich ein bisschen da gar nicht, Mist, Kacke. Für was kann man Aluminium benutzen? Kann man das meseraten? Ja, kann man. Oh! Oh, was ist das denn? Man, der hat die Welt programmiert, ey. Und Aluminium. Ah, okay. Jetzt muss ich mich mal wehtun. Jetzt muss ich mich mal wehtun. Ja, jetzt muss ich dicke machen, dann muss ich mir wehtun. So, Aluminium. Jetzt ist ein bisschen Ruhe, ey. Jetzt muss ich... Wow, 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 kam der gerade schon wieder an. Jetzt muss ich mich mal wehtun. Oh Gott, gutes Deutsch. Gutes Deutsch, ich geh deutsch, sprich hier. Ich muss mich wehtun. Ich kann deutsch sprechen, ne? Nicht so, dass ich das nicht kann. So, wir machen jetzt hier Gold, Aluminium, Jellurite und Uraniumohr rein. Ach ja. Weil das sind alles Ärzte, die nix anderes rausgeben, außer halt ihren eigenen Dust. Die Dust, ey. Wenn jeder versteht, was ich meine. Ich wurde angeschrieben. Von wem denn? Vom, vom Dings. Domi. Macht ihr noch einen Livestream? Nein, wir machen keinen Livestream. Nein, wir machen keinen Livestream. Wir haben den schon fertig. Ja. Oh, mich hat er auch angeschrieben. Ohi. Was hat er geschrieben? Kevin? Fragezeichen. Gut, dann frag mal. Fragezeichen. Welches Zeichen fragst du denn dann, Marcel? Fragezeichen. Ich hab da... Ach komm, ich werd mir schon wieder weh, ey. Ich tu mich schon wieder weh, ey. Ich tu mich schon wieder weh. Ne, mir. Er haut einen dicken nach nem anderen heute raus, was ist da los, nun? Hier liegt so viel, ich kann das gar nicht alles mitnehmen. Da liegt viel zu viel rum, ey. Hier liegt so viel. Ich kann das alles gar nicht nehmen. Haut er raus. Marcel behindert mich schon wieder bei meiner Arbeit. Warum? Ich sag doch nix. Scheiße. Äh, das ME-System ist grad... Sag nix über mein ME-System, das hab ich selber gebaut. Klar. Ich hab's erfunden. Ich. Ich hab die ausgefeilteste Technik und Mathematik angewandt, um diese Vision wahr werden zu lassen. Die beste Bestandteile zu entmaterialisieren und zu digitalisieren. Und dann wieder zu immaterialisieren und dann zu Töten. Halt die Schnauze, was du nur mit deinem Töten hast. Ach, weiß ich auch nicht. Ist einfach so. Du musst ja da zu viele Killerspiele gespielt. Gamer. 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 Was ist das? Scheiß Killerspiele. Ja, die sind total kaputt. Mann. Ey, das kotzt mich so an. Deswegen spiel ich in letzter Zeit eigentlich schon noch Minecraft. Ist aber auch ein Killerspiel. Ja, deswegen ist das ein Scheiß. Was? Ich mein, ich mein, das schmiert ja nur noch Minecraft. Das sucht die halt. So, fehlt jetzt noch irgendwas? Hier, fehlt noch was. Da muss ich weg. Ähm. Ja. Weg. Gut, das ist jetzt total kompliziert verlegt. Wenn's Marcel sieht, dann schreit er mich wieder an, dass das viel einfacher wird. Oder so. Ja, genau so wird es ablaufen ungefähr. Lass mal den Magnet jetzt ansehen. Bist du verrückt? Das verbraucht doch Energie. Ja und? Ich hab Energie. Oh Gott. Na, bist du bis voll? Ja, morgen ist der Reaktor leer und ich bin schuld wieder. Muss man grad aufladen so ein bisschen. Dann fragt er wieder, ja und, hab ich gesagt, dass du den Reaktor über Nacht angelassen hast? Ja, nee, hab ich nicht. Ja, gut, das hat er nicht, aber egal. Wenn ich hier rumfliege, lade ich mein Jetpack auf. Ist das so Sinn, oder? Ich mein, ich benutze mein Jetpack, aber lade es gleichzeitig auf. Cheaten. Warum? Cheaten. Komm schon. Ich versuche immer noch hier das ME-Unterface richtig zu platzieren. Jetzt lade es sich mal Hammer auf, yay. Ich hab's geschafft Marcel, ich hab das ME-System richtig platziert. 3, K, 4, 5, 90, 91, 92, 93, 90. Komm schon, laden auf. 9 und voll. Hehe, voll. So, jetzt fehlt dir noch die Decke, ne? So, das fehlt noch. Ähm. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Was? Wenn die Festplatten der Haltbarkeit hätten. Hä? So wie in echt. Ach, jahre, ja. Die Festplatten hätten so ne Lebenszeit und irgendwann ist die weg und dann sind einfach alle Items weg. von 80 Jahren. 80 Minecraft Jahre. So, ich hab die Decke abgebaut. Was ist das hier unten? Ich hab die Decke abgerissen. Au, 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 au. Also er ist krank. Oh, 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 oh. Hier muss ich weh. Das muss ich hier eigentlich auch noch die Decke abreißen. Oh, mach ich gar nicht los. So, jetzt machen wir das Dieb da, komm. Echt geil. Ich hab die automatische Erzverarbeitung zwar noch nicht durch, aber egal. Wer arbeitet jetzt an irgendwas wenigstens? Ja, ist Gold, Holz, Rubber und Jelurite, Uranium und das andere. Da ist noch nix drin. Ich muss eigentlich nur die Dinger nur noch reinstopfen. Da ist noch nix drin. Warum hast du eigentlich Precision Export Bust genommen? Wenn du doch sowieso nur für jedes Erz eins ansehe. Weil wir Kupfererz zweimal haben. Nein, Mann, Mann, wir haben mich hier weggeschmissen. Ey, komm, gib mir her. Bitte, danke. Was willst du damit? Kaputt machen. Alles. So, dann komm. Dann brauch ich Kupfer. Kupfer. Dass mich das nur schnell fertig machen. Dann mach. Oh, was wird hier gemacht? Uh, hier wird Holz verarbeitet. Uh, 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 uh. Oh Gott, hier wird Holz verarbeitet. Hier wird rubber verarbeitet. So, oh. Da wird, ähm, Holzbrot hergestellt. Holzbrot hergestellt. Wüst. So, das. So, das. Error. Error. Was? Wo war das Kupfer? Tin, tin. Hä? 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 Tintin kommt dann hier rein. Ich hab da noch was. Wegen Kupfer. Dann Ohren. Du hattest doch zwei verschiedene Kupfersorten hier drin, ne? Ja, dann Silber. Ne, Silber hab ich, Silber haben wir doch nur einmal. Ach egal. Dann haben wir Lead. Sardust haben wir 3000. Lead haben wir zweimal. Ja, wenn Sardust haben wir schon 3000 Stück. Ja, ja. Verrußohr. Dann Kardiumohr. Und Indiumohr. Wir haben schon 7000 Oakwood Blanks. Das wird alles versexfacht. Also das, was du jetzt an Ding drinnen hast. Also das, was das normale Holz ist, musst du mal sechs nehmen. Das ist zu viel, das ist viel zu viel. Eigentlich müsste man nicht Deep Storage Unit machen. Ja, für Hals. Dann Silber. Warum hab ich so viele Storches dabei, ey? Ich hab nur noch ein Halmstack Brot. Und Ferus. Dann muss hier hin ein Kardiumohr, Indiumohr und dieses Dark Iron. Was weiß ich, wie das heißt. Noch irgendwas, was raus muss. Hab ich da reingeschmissen, dann weiß ich nicht. Eigentlich wie diese Storchen ist. Genau, Apatit kann raus, ne? Apatit brauchen wir nicht. Orange, Floride brauchen wir nicht. Blue Floride brauchen wir nicht. Und Red Floride brauchen wir nicht, ne? Oder? Die Erze brauchen wir nicht, ne? Ne, schmeiß die weg. So, brauchen wir noch irgendwas nicht? Gold Nuggets haben wir ein weniger. Toll. Egal, Proma aber. So, jetzt werden eigentlich alle Erze durchgearbeitet, bis auf das Eisenerz. Weil das muss ich über die Grinder machen. Die Grinder wollte ich hier hinten aufstellen. Ja, die kannst du ja dann noch. Später, wenn Marcel jetzt das Ding machen will. Wird jetzt sonst alles verarbeitet außer Eisen? Ja. Ganz gut. Dann haben wir es doch jetzt. So, schauen. Was habe ich denn jetzt heute gemacht? Nur die Brücke habe ich gebaut. Und die Essenceberry-Farm. Stimmt. Ja, selber. So, wir müssen jetzt abschotten, jetzt machen wir deine Arbeit. Deine Arbeit. Deine Arbeit. Ich meine, du hast jetzt genug gemacht. Jetzt kannst du noch weiter machen. Ja. Ja. Ich bin aber auch, ja. Ja, die bringt mir sowieso nichts. Ja, dann zieht die Rüsten aus. Jetzt geht die kaputt. Sonst ist sie weg. Dann muss sie neu machen. Jetzt warte, ich muss nur das Zeug schnell ins ME-System ablegen. Ich will ins Diebdark. Ich will da rein. Ich war da noch nie, also noch nie auf der Wild. War schon mal drin, aber da habe ich nie was gefunden. In meiner Wild. Okay. Okay. Wir können los gehen. Dann brauche ich jetzt erst mal ein Stack Cobblestone. Ja. Denn ich lege mir das hier unten hin, damit der nicht auf die Idee kommt, mir die Barren hier unten reinzulegen, die wo explodieren. Die wo knallen. Oh, da ich knallt zurück. Ich hoffe mal nicht. Oh, was gar aus. So musst du die ganzen Kompress-Dinger dann nochmal machen. Ja, ich habe nämlich das alles aus dem ME-System geschmissen, weil ich es nicht gebraucht habe. Ja. Nachhinein war die Idee vielleicht nicht so gut. Hast du die jetzt weggeschmissen? Ja, die sind weg. Einfach weggeschmissen. Warum? Das war Cobblestone. Eigentlich wollte ich den erst dekomprimieren und auf der Platte speichern. Aber irgendwie... Was hast du denn weggeschmissen? Bist du bekloppt? Ich brauche jetzt vier Diamanten. Jetzt sei ruhig, ich muss mich konzentrieren. Damit du dich also fünf nimmst. Oder dass du zu wenig hast. Ne? Ja, die knallen auch, wenn sie zu wenig sind, ja? Ja, das ist scheiße, ne? Dann brauche ich vier Eisen. Gut, du kannst dann aber noch das, was du nicht brauchst, kannst du ja wegschmeißen. Dann explodiert das nicht, sondern nur du. Okay, also es geht jetzt los, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Stell dich am besten hier hin, dann explodierst du mit. Weil ich muss das Division Siegel wegwerfen. Wieso, ich kann nicht explodieren? Ich explodier da nicht mit. Ich weif das Division Siegel weg. Sammel das ein, dass es nicht mit in die Luft fliegt, wenn es doch nicht klappen sollte. Okay. Also gut. Scheiße, ich muss lachen. Ja, okay. Ich krieg's nicht hin. Nicht? Nein. Okay, warte. Okay, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Ich hab nur die Zeitversuch. Ich krieg's nicht hin. Der Stress ist zu groß. Ja. Okay, komm, lock auf, lock ich. Easy XP. Nein, ich hab mich einmal verklickt. Komm schon. Komm schon, du bist Baxter. Ja. Yay. Wo stehen wir sind? Weiß ich nicht. Ja, ich warte ja auch hier drüben in den Müßkraftraum, würd ich sagen. Da ist unsere Portal-Ecke. Puh. Mir ging ganz schön die Pumpe, weil ich mich einmal verklickt hab. Haben sie? Ich hab das Rezept zehnmal geübt, offscreen. Bist du da? Wo bist du? Ja, warte. Ja, warte. Ich muss mich erst mal beruhigen, ey. Erst mal husten. Und dann mal husten. Und dann mal, ja und dann. Scheiß, ich hab gehustet mich nicht gestimmt, ey. Schon über mich. Ey, der Typ ist so kaputt, ne? Nee. Ich tue nur so. Ich tue nur so. Die sehe ich nur hier. Nimm mir ein ganzes Zeug mehr, sonst nehme ich. Der macht sich dann Diamantssauer. Ich muss hier mit einer Steinsauer auskommen. Du hast ja selbst schuld. Du hast ja auch eine gemacht. Du musst erst mal das nehmen, was schon da ist. Okay, ich nehme mir Brot mit. Und ja, mein Schwert sollte ich mitnehmen. Und ja. Dann gehen wir für die letzte Folge jetzt die ganze Zeit noch in Deep Stark und dann ist gut. So, sonst alles können wir uns eigentlich lassen, ja. Okay, für dich müssen wir ja noch länger aufnehmen. So, mal gucken, wo stellst du denn das hin? Du, also hier sind die Portale. Hm, dann würde ich sagen, du stellst das hier hin. Da. Nicht da in die Boden. Da, in die Boden. Nicht in die Boden dahin. Einfach so? Ich seh doch scheiße aus. Ja, stellst halt in den Boden. In die Boden. Ich hätt fast geknallt, ey. Was geht's? Die Wackeln brauche ich gar nicht. Ich habe ja meine Power Fist. Schlimm auch wieder. Weil wir bekommen nämlich im Dunkeln Schaden. Und ich bin schon so auf. Download Terrain. Downloading. 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 So, Marcel geht zuerst. Oh. 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 Du bist weg? Ne, hä? Du stanzgeist. Jetzt bist du verschwunden. Ich hab dich gesehen. Äh, das mach mal anders. Mach dich nochmal hin. Mach dich nochmal hin. Ja, wahrscheinlich. So. Kannst du nicht ein Reconnect machen? Warum? Und dann seh ich dich wenigstens. Ja, einfach nochmal zurück. Und wieder hin. So, bin ich da? Bist du da? Nö. Jetzt hat. Nö, ich seh dich nicht. Aber ich seh dich. Dann geh nochmal zurück und komm wieder her. War ich doch grad. Ich würde auch. So scheiße jetzt. Ja, jetzt bist du da. Ja, jetzt bist du nicht mehr da. Das ist so, ah. Machst du Licht dann? Ich disconnect da einfach und connect neu. Also. Geht das wieder. Ich weiß nicht, den Bug den kriegen sie einfach nicht mehr gefixt. Das ist schon irgendwie seit Ewigkeiten so. Ich mach mir da lieber mal einen Wegpunkt hier oben. Ja, wollte ich auch grad sagen. Nicht, dass wir nicht mehr zurückfinden. Home. So. Zieh. New Waypoint. Portal. Underdark. Oh, hier ist schon, äh, Kobbelstern. Und den Ding, den machen wir natürlich weiß. Im Dark ist alles schwarz und grau und deswegen mach ich den weiß. So, da ist Ausgang. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht hin. Hast du Angst? Ist so dunkel. Ist doch egal. Nun ist doch egal dunkel. Uh. Uh. Ja und da ist ein Monster. Another man. Uh. Uh. Übrigens die Spinnen und so, die haben alle doppelt so viel Energie als normal. Dunkel. Nur so ein Tempel, da müssen wir rein. Oh, guck mal, da ist richtig viel los hier. Pieper. Pieper. Der macht doch doppelt so viel Schaden, ne? Boah, wie viel da los ist eigentlich. Wuuu, 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 wuuu. Hier drin können wir dann mal, was, was kann man hier drin finden? Alles. Ich hoffe, wir finden Dingsbums. Wie heißt das? Hä? Da klopft's. Scheelette stirbt. Ich mach jetzt mal eins wieder anderem. Ich sehe nicht, wie viel Leben die haben. Also, das ist ein Overladder um. Passst du dich die ganze Zeit aus? Ja. Das geht, Alter. Wie jetzt? Na, alle noch normal, Alter. Das ist schön. Bücher, toll. Jetzt klopfen die da rum. Das kann doch nicht sein. Soll ich mich eigentlich hier durchbauen? Ja, ne? Das ist viel zu laut hier, ey. Ich mach mal den Klinger, Alter. So. Ich baue mich jetzt hier mal ein Büch. Ich glaube, ich war hier oben schon überall. Mein Schwert geht kaputt. Boah, Alter, was hier los ist? Yo, 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 jetzt haben wir's. Alter, wie laut ist es? Oh, eine Kiste. Ja, auch. Was haben wir hier? Hey, ich hab ne Diskette gefunden. Goldrunner. Goldcoil hab ich gefunden. HSLA-Style-Style-Style-Style-Style-Style-Style-Style-Style-Style-Style-Style. Kann ich doch jetzt das eigentlich benutzen, ne? Ohne, dass ich überhitz. Naja, gut. Wenn du so zu oft machst, überhitzt du trotzdem. Naja, gut. Dann halt nicht. Zu oft. Ich stell dir halt so ein, dass ich One-Hit mache. Was brauchen wir dafür? Ach, so ein HV-Ding und sechs Solen, ne? Das geht ja noch. Oder was ist ein besserer? Plasma-Kanon? Meal-Assist? Stealswert. Alles am wenigstens. Na, da kommen vier Diamanten schnell. Und sechs Lapis. Cole-Coke. Cobar. Ah. Ah. Brauchen wir nicht. Das ist ein Scheiß. Boah, Alter. Das kriegt ja richtig krass da unten zu. Ich muss mir echt ein Schwert bauen. Oder ich benutze einfach da die Railgun. Gut. Und so, ich brauche einen HV-Capacitor. Das aber auch durch. Oles. Hier warst du schon. Aha. Ja. Und ich glaube, ich nehme meinen Hammer mit. Dann nehme ich einfach den ganzen Tempel auseinander. Ich habe den nicht mehr benutzt, denn die ganze Zeit. Hm? Ich benutze den die ganze Zeit. Hm, ja, ist gut. Ich weiß bloß gerade nicht, was ich jetzt gerade machen wollte. Ja, Spanner. Oder vergessen. Ah, ja, genau. Ich wollte mir zwei Stück von denen hier machen. Hier ist da überhaupt nichts drin. Hier sind nur HSLA-Scape drin. Was ist denn das überhaupt? Daraus kannst du HSLA-Stahl machen. Toll. Das ist Scrap. Also Schrott. Baustadt? Das weiß ich hier. Ich weiß nicht. Und sechs Solenoids. Haben wir noch hier irgendwo? Oh, vielleicht noch. Sechs Solenoids. Wo sind denn die? Sechs Stück. Sechs Solenoids. Oh, hier ist nichts mehr. Geht jetzt. Ops. Und schon habe ich das. Also so eine Raygun schnell gebaut, muss ich sagen. Ein Tierar. Ich stelle die mal auf voll. Mal gucken, was passiert, wenn ich die auf voll stelle. Oh, hat die einen Rückstoß. Ja. Ja, aber ich kann die oft abfeuern, ohne dass ich Feuer fange. Das ist gut. Eigentlich passt die Musik hier gerade gar nicht zum Deep Dark. Nee, überhaupt nicht. Ja, die passt schon eher. Weißt du, das war gerade so eine ganz ruhige Musik bei mir. Was? Was spawnen die hier? Wo wollen die mich? Ja.